Oh, hallo! Und damit willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. DS. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Es fehlt dieses Schloss hier. Ich muss dir ein paar Takten zu diesem Schloss sagen. Und zwar, es ruckelt wie Sau. Ich habe gerade eben eine Fail-Aufnahme gehabt. Oh, ja. Das Schloss ist toll. Echt, echt toll. Also wegen der Lava, das liegt hauptsächlich an der, ruckelt das hier bei mir die Bude weg. Ich hoffe, das habe ich jetzt gerade mal so gefixt durch das Umstellen des Windows-Designs. Ich hoffe, dass es dadurch ein bisschen flüssiger läuft, weil das ist schon leicht scheiße. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich bete drum. Weil dadurch hat meine Grafikkarte weniger zu tun und der CPU auch. Und ja, das kann klappen, aber muss jetzt nicht. Es kommt halt drauf an, wie holzig mein PC dann in der Wirklichkeit ist. Das werdet ihr ja sehen. Komm schon. Da ist nichts drin. Nichts für mich. So, wir gehen hier hoch. Dann fallen wir hier runter. Und holen uns diese Starcoin. Ist das nicht toll? Ich würde den gerade mal so machen. Dann sind wir nämlich oben und ja. Nein, das war die falsche Idee. Das war die falsche Idee. Leute, das war die falsche Idee. Ich weiß es nämlich. Ich weiß es. Wir hätten unten durchgemusst. Werden wir gleich sehen, warum. Es scheint flüssiger zu laufen. Nein. Tut es nicht. Ich nade den State, weil das macht keinen Sinn. Ich weiß ja, dass wir den unten hätten aktivieren müssen. Also, dass wir unten quasi sind. Und ja. Ich bin ja jetzt auch Mini-Mario. Können mich alle mal. So. Gib her. Macht ja keinen Unterschied jetzt hier. Ich meine, ich spiele es ja quasi eh nochmal neu. So. Uah. Ja, Mann. Ich mache waghalsige Sprünge, weil ich es kann. Boah. Also, ihr seht, es ruckelt hier einiges. Es können quasi flüssiger laufen. Gut gedeutscht. Alter, ich will die Starcoin. Ist jetzt blöd. Jetzt habe ich die erste nicht, ne? Ja, dann macht das auch keinen Sinn, wenn ich die erste nicht mal habe. Ah. Ich hoffe, der macht das jetzt hier ein bisschen schneller. Bitte CPU. Tu mal was Richtiges. Alter. Wie das am Ruckeln ist. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Ah. Du da. Herkommt. Tschüss. Dann so. Und so. Waghalsiger Sprung. So. Jetzt darauf achten, dass wir die Starcoin auch mitnehmen. Wie sie sich hier verbirgt. Einfach weiter hier hinstellen. Dann kriegen wir die Starcoin garantiert. So. Ja. So will ich das sehen. Ist richtig eingestellt. Gut. Ich muss jetzt... Ah. Fuck ey. Nein, ich komme... Was? Sag das doch einer. Darum sagt mir das keiner. Ich komme da nicht durch. Ha. Oder wieso erfahre ich das erst jetzt? Gut. Wir müssen da rüberspringen. Dann halt. Ne. Gedöns. Kennt man ja. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass da so eine Lücke ist, wo man dann so... sich tupen muss. Und dann kommt man da durch. Und dann dies, das. So. Aber dem war ja nicht so. Ist ja scheißegal, wo wir jetzt hier so rüber gehen. So. Zack. Bats. Okay. Geht schon schief gehen. Nimmst du diesmal mit. Damit haben wir die ersten zwei von drei. Fuck. Ich habe mal wieder nicht dran gedacht. Dafür war auch die Abtrennung... Nein! Was soll das denn? Wer rechnet denn damit? Die zwei sieht hier aus wie ein Set. Ist euch das mal aufgefallen? Die wussten, dass ich das Spiel jetzt playen werde. Alter, ich bin gerade zu blöd. Nein! Da rein. Warte mal, Leute. Mir fällt da gerade aber was ein. Wie wäre es, wenn wir... Einfach nochmal zum Just for Fun. Das erste Level... Ach, hier ist sogar noch ein Extra-Lebenhaus. Warum nicht gleich das nehmen? Da könnten wir ein paar Leben kriegen. Weil wir haben jetzt gerade nur vier. Badabada, badabada, badabada. Alter, ich hoffe jetzt mal... Fuck. Yay, ganze zwei. Ich freue mich ein Ass da ab. Das hat es voll gebracht. Da ist ein Item-Haus. Das werden wir auch gleich abchecken. Also ein Toddy-Haus. Gut, dann gehen wir jetzt hier durch als Mini-Mario. Warum auch nicht? Ich meine, ich habe schon Schlimmeres durchlebt. Wie zum Beispiel diesen Maxi-Pelz. Bam. Bam, 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 bam. Aber was war das denn? Jetzt habe ich gestoppt, ne? Ich habe mich ausgebremst. Ich brauche doch noch mindestens drei Leben will ich kriegen jetzt hier. Woppa. Du kommst mit. Und wir haben... Ja, gut, eine Art Schnappzahl. Aber wir kriegen hier in diesem Spiel leider noch nichts. Weil Gedöns. Ah. Wir haben jetzt neun Leben. Ach, komm. Ah, da ist wieder ein Ex... Ach, das kam dann da. Wenn man eine Schnappzahl hat, dann kriegt man hier ein Toddy-Leben-Haus. Also ein ähnlicher Toddy. Toddy mit Schnauzer. Ich habe das Gefühl, dass der wieder da ist, wo er vorhin war. Na ja, fast, ne? Einmal machen wir noch das Dings jetzt hier. Ich will mal gerade versuchen, vier Leben zu bekommen. Und dann widmen wir uns nochmal dem Schloss da. Weil dann haben wir genug Leben. Und bam, und bam, und Ich kill dich erstmal hier Bada, 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 bada Bada, bada, bada Bada, bada, bada Bamm Ich glaube, so ging das Einfach erstmal den Gumba killen Und dann hier durchrennen Dann sollte das eigentlich klappen So Ja, ihr habt alles durch hier Wir haben ganze 5 Leben jetzt Ist auch was Und jetzt können wir hier die Dinger aktivieren Boots Aber ich glaube, ich komme eh nicht hoch genug Nee, ich sollte niemals hoch genug kommen Nein Ja, 100 Thanks, ist so nice Ach, ich war eine Sekunde zu früh, fuck Äh, zu spät Hätten wir wieder eine Schnappzeige ab Gut, dann würde ich sagen Ach, ich wollte auch das Toddy-Haus hier abchecken, ne Da ist auch noch ein Leben-Haus Das können wir auch nochmal machen Gib was her Nein, den will ich nicht Den wollte ich jetzt eigentlich nicht Nein, nicht da rein Du sollst hochgehen und dann da rein Zurück zur Karte Ja, ich bin sicher Ja, ich fühle mich sicher Und so 19 Leben Meint ihr, das reicht? Ich glaube nicht Nicht bei mir Badabada 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 Wupp So Irgendwie Irgendwie glaube ich, der ist da Ja, ich wusste es Wieso, wieso nehme ich eigentlich den Wo ich glaube, dass er da drin ist Ich bin schlau Gut, ab in Welt 8 Und hoch dafür Ja, mit 22 Leben Wollte ich mal so anmerken Ich save mal kurz So 22 Leben Also wenn ich jetzt verkacke, ne Dann liegt das echt an mir Nee, wirklich Ich dachte, das liegt an Gronkh Alter Ich fäll hier schon Komm da Da, 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 da Und Nein, ich wollte jetzt nicht gegen Knochen-Trocken verkacken Falls das jetzt irgendjemand in die Comments schreibt Hatte ich nämlich nicht vor Nein Ich bin so schlau Ich weiß Ich hab auch einen Mini-Pilz dabei Warum? Wozu? Jetzt unniedert Alter Mach was Leute Wartet mal kurz Das wirkt jetzt etwas verpixelt Ist es auch Aber ich hoffe, dass ich jetzt dadurch Weniger Lacks habe Das wär voll toll Sieht zumindest so aus Als wäre es jetzt weniger Scheint auf jeden Fall flüssiger zu sein Also ich hab ja jetzt den Filter einfach mal ausgestellt Der, der das so schön macht Und ja Sieht etwas verpixelt aus Aber was willst du tun? So verkacken Aber so wär's auch original auf dem DS, ne? Wollte ich mal so anmerken So wär das Original Ohne Filter Es sähe natürlich auf dem DS besser aus Weil Dir ist klar Ist halt die Konsole kleinerer Bildschirm Aber Das ist die Original Grafik Und es sieht Naja Flüssiger aus Auf jeden Fall jetzt Ich glaub So kann ich das Level durchstehen Pfff Fail halt Ich glaub das kann so Ja so soll's klappen Nimm das mit Aber ich glaub ich verkack jetzt wieder Weil ich's Ich kann einfach nur verkacken Da bin ich die Nummer 1 drin Die Ungeschlagene Leck mich da mal Da ist der Pilz dran hier, ne? Da Jetzt bin ich gespannt Woha Fuck Aber wir haben den Checkpoint Also dieses Level Ich weiß nicht wieso Es ist einfach aufgebaut Es ist sehr einfach aufgebaut Aber es ist wieder zu einfach Es ist so einfach Dass es schon zu einfach ist Ja? Wieso geht das nicht? Boah Ne Ich hab den Pilz Warum ist das Oh ne Weil ich Weil ich Resetteten musste Oder? Leckt mich doch Was soll ich denn da jetzt tun? Ne Da muss ich das Level nochmal machen Ne So Was geht? Aber es ist eindeutig flüssiger Müsst ihr jetzt mal zugeben, oder? Sieht zwar nicht so schön aus Aber es ist flüssiger Na, was hast du zu bieten? Ein paar Knochen Mehr hast du nicht? Mario ganz relaxed Thanks is so nice Dann müssten wir jetzt eigentlich mit dem Spiel fertig sein, ne? Aber Ich weiß nicht Kommt mir so kurz vor die Welt Und Browser Rennt ja auch Browser Junior Rennt ja auch noch davon Und es ruckelt Also die Welt, ne? Jetzt nicht Das Die Aufnahme Sondern Die Welt Wie wir sehen Sehen wir Browser Junior Wie er flüchtet Und es geht noch weiter Ist das nicht toll? Gut Aber jetzt Hier erstmal die Starcoin, ne? Die Musik hat sich gerade geändert So, jetzt einfach nur auf die eine Starcoin konzentrieren Nur auf die Starcoin Fuck, ich hab immer noch den Dings da Ne, will ich nicht Ich will den Mini-Pilz nicht Der ist böse Niemand will den Mini-Pilz Wow Ganz ruhig Ganz ruhig Ganz ruhig Du schaffst das Irgendwie Irgendwann So Jetzt ein bisschen runter hier Jetzt muss ich ja eigentlich nur noch durchkommen Ohne zu failen So, warte, da ist die Blume Ich mach Pack den Mini-Pilz mal weg Tschüss, verbrennen Jetzt haben wir eine Absicherung Dreh dich Dreh dich Dreh dich Wow Nein 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 Mann Ich kann das jetzt eigentlich schon wieder aufgeben hier Ich kann jetzt einmal hier kurz reingehen Und dann wieder rausgehen Macht ja alles keinen Sinn Ich kann das jetzt nochmal kurz abchecken Was ist das? Komm, renn mal durch Ich kann mal wissen, ob ich das schaffe Yay Nein Ja, oder so So geht's auch Es dürfte, dass sie resettet sein Und ich kann wieder rein Oder? Ja, klar So Bum, bum Bum, 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 bum So, erstmal die Blume einsetzen Und dann den hier So Oh mein Gott, ne Flamme Ich weiß nicht, was ich tun soll Oh mein Gott, ein Knochen trocken Ich weiß nicht, was ich tun soll So Hält ich da eigentlich so drauf? Klar kann ich das Boah Nein Boah Boah Tschüss Übertreib halt gleich die Lage Nein Können mich alle mal Da ist die Plattform Du Sau Diesmal bleibst du da Boah Geh runter Wenn ich jetzt hier noch feile, ne? Ne, ne, ne Ne Es war so klar Wieso war das klar? Wenn ich jetzt wieder reingehe, ist die Plattform wieder weg Ich schwör's euch Scheiß Starcoin Checken wir jetzt mal aus Das will ich jetzt grad mal wissen Huah Das war klar Warum sollte sie auch da sein? Löse diese Sternmünzen ein Du brauchst eh genug So, speichern Und hol dir ein Item Hol dir ein Item Wohl warte, das kommt dann ins Inventar, ne? Ich kann's nicht einsetzen Yay, noch ne Feuerblume Leck mich Das war sinnlos verschwendet Na gut, eigentlich weniger Ich hab damit jetzt denk ich mal hier das hier wieder resettet Und kann hier wieder rein Bitte Nein Was soll der Scheiß? Geh halt hier rein Jetzt aber Geht hoch Das war blöd Aber jetzt Komm schon Ich schaff das Irgendwie So Du da herkomm Wow Übertreib mal gleich die Lage So Why not So Jetzt will ich diese Scheiße hier aber eigentlich mal schaffen Kann ja nicht angehen Jetzt einfach mal konzentrieren Einfach mal konzentrieren Nein So viel zum Thema Konzentrieren Ich hab wieder den Checkpoint gehabt, ne? Leckt mich doch alle Das ist so blöd gemacht mit den Checkpoint jetzt, finde ich Das ist einfach nur mies Also wenn man die Dings da gemacht hat Dann sollte das auch zumindest dann bleiben Gut, das ist dann zu einfach Oder was auch immer Aber dann sollte man irgendwie den Checkpoint so rauslöschen können Wenn man wieder neu empfangen will Nicht dann 10 Jahre Irgendwie ein anderes Level kurz reingehen und so Bäh Wisst ihr das zufällig, ob das irgendwie anders möglich ist? Ich wüsste nämlich jetzt gerade nicht wie Naja, außer Modul komplett ausmachen, aber Ja Hab ich jetzt nicht vor Also DS komplett ausmachen in dem Fall Das war jetzt nicht so mein Plan dann So, jetzt aber hier Das geht ja gar nicht mehr klar mit der Sternmünze Boah, was soll dieser Ruckel? Ihr habt das gesehen, oder? Er fliegt Nochmal Langsam Und dann Ah Leck mich Nicht Option Da Jetzt kommt der auch noch hier Geh weg Ich mach da jetzt gleich ein Save-Set Wenn ich das gepackt habe Das regt mich gerade tierisch auf Also im Sinne von Da beim Checkpoint Weil Da mach ich mir sozusagen Ein Checkpoint-Checkpoint Weil ey Nee Das ist Das geht nicht klar Nur weil ich einmal faile Da Kann ich den Checkpoint gleich vergessen, oder was? Bäh Das ist doch mies Alter Sie verarschen, Knochen trocken? Wollt ihr mich alle verarschen? Geh da rein Jetzt Konzentration Besitz ich zwar nicht, aber gut Bam, 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 badam So Einfach ganz ruhig Probier's mal Mit Gemütlichkeit Mit Ruhe und Gemütlichkeit Bla, 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 bla Und ich hab auch Wollt ihr mich? Mann Ich will kurz was sagen, ne? Konzentriere mich nicht mehr Und dann das Sag mal, willst du mich nicht verarschen? Knochen Äh, Knochen Knochenbruder Hammer Knochenbruder Hammer Nenn ich den jetzt Weil der hier Bei den Knochen trocken Sozusagen Chilt Das ist jetzt der Knochenbruder Hammer Der Hammer Der Hammer Knochen Trockenbruder So Bruder, herkommen Schon wieder ein 20 Min Part Äh, ich versuche eigentlich Die Parts derzeit Ein bisschen so darauf zu trimmen Auch wenn das nicht so auffällt Aber, naja Was nicht will, das will nicht Wow So, jetzt Ich mach da jetzt gleich ein Save Date Ohne Witz Ich hab's Ich hab die Nase voll Hier, da Seht da Seht da Seht da Save Date Da, neuer Checkpoint So, ich bin drüben, ne Ich bin jetzt drüben Ich bin drüben Verdammt Was? Das war so Und ich dachte Ich pack das jetzt Nicht zu sehr schwingen also Schwing dein Ding Halt mir nicht so hart Oh Wir sind hier Dreh dich um Man kann da also nicht stehen Gut Zu wissen Gottchen Okay Normalerweise Da, wo man den Save Date macht Schafft man's dann auch Aber hier nicht Zumindest Liegt es dann wahrscheinlich daran Dass ich gerade am Zoppen bin Kommt sie da raus Und jetzt kann ich hier rüber Und dann Deckt mich doch Komm hoch Warum? Diese Starcoin Wenn da noch Solche Fiesen jetzt kommen Ne Alter Warum dann Wenn ich da hinjumpe Jetzt aber hier Ich labere mal ganz kurz nichts Selbst wenn ich nichts labere Nee Boah Nein Du scheiß Plattform Ich hab die Starcoin Leck mich Das kann ich tun, oder? Nö Egal Das packen wir so Und wenn nicht halt Es geht doch Moin Ach, leck mich doch Ich kann überhaupt mehr auf dich Du kannst ja gar nichts machen Wenn du da Wenn ich da schon stehe Loll Thanks is so nice Wurde auch Zeit So, was erwarten uns hier für Level Uns erwarten noch Eins, zwei, drei Vier, fünf Level Gut Ne, mit dem hier sind es sechs Oder? Vier, fünf, sechs Ja, sechs Sechs Level noch Ich würde sagen Wenn euch dieser Part gefallen hat Gebt einen Daumen hoch Schreibt einen Kommentar Dies ist das Ananas Haut da rein Bis dann und Ciao